So, und damit geht es jetzt auch weiter mit dem zweiten und somit auch gleichzeitig hier im letzten Lauf von den DD2s. Vorneweg Florian Breitenbach mit der 501, 505. Auf Platz 2 die 413, Marcel Steinert, Jana Stier auf Platz 3, Steffen Ebrecht auf der 4, auf der 4, sorry, ist der Tom-Janik Nehring, der Max Bösser auf der 5, genau so jetzt, der Steffen Ebrecht auf der 6, auf der 7 haben wir den Thomas Moritz und auf der 8 hinter ihm den Philipp Weber. Auf der 9 auch ein Philipp, und zwar den Philipp Kaiser. Die 10. Startposition belegt Mario Meissner, auf der 11 den Marc Vidal, auf der 12 den Nico Gnath, auf der 13 haben wir den Frank Zadda, gefolgt von der 14, das ist Sandro Peist. Die Startnummer 512, startet von der 15 aus, ist der Daniel Schulz, die 16 belegt der Maurice Klemm, der Niklas startet auf der 17 und der Oliver Breitenbach, der im ersten Rennen durch einen technischen Defekt schon in der dritten Runde rausfahren musste, startet von der 18. So, schauen wir mal, langsamer Start, Oliver Breitenbach kann mehr Anlauf nehmen, ist nicht direkt drauf, dadurch hat er einen besseren Start. So, Oliver Breitenbach konnte aber auch gut weg und kann somit seine Führung behalten. Jana Stier kann auch den dritten Platz für sich beanspruchen. Die 413 ist Marcel Steinert, der immer noch auf der zweiten Position ist. Und so wie das aussieht, ist der Oliver Breitenbach direkt nach Start und Ziel wieder in die Box gefahren. Das heißt, zwei Rennen, zweimal Pech gehabt, zweimal direkt am Anfang raus. Vielleicht kann man das Problem nochmal beheben und er kann nochmal raus. Allerdings, so wie es jetzt aussieht, nee, er steigt aus. Okay, Oliver Breitenbach ist also auch im zweiten Rennen ausgeschieden. Ja, im Gegensatz dann zu seinem Bruder ist der Florian Breitenbach am besten bis jetzt unterwegs. Einen Sieg konnte er sich bereits einfahren. Sieg, Chance jetzt auf jeden Fall auch da. Den Start hat er schon mal gewonnen. Führt jetzt auch mit 0,345 Sekunden vor Marcel Steinert, der wiederum mit auch 0,345 Sekunden vor Jana Stier unterwegs ist. Auf Platz 4 Tom-Jannik Nehring, Max Bosse, Philipp Weber. Alles hat sich nicht viel getan, außer der Philipp Weber ist von der 8 auf die 6 nach vorne gefahren. Auch verbessert hat sich Sandro Feist, gestartet von der 14, ist bereits nach zwei Runden jetzt auf Position 10 vorgefahren. Nico Gnath entgegen. Die beiden, die sich vorhin so ein bisschen duelliert hatten im ersten Rennen, ist der Nico Gnath von der 12 auf die 11 auch Einplay-Position verbessert. Allerdings hat sich das Feld im Mittelfeld relativ weit auseinandergezogen, wodurch gerade um Position 8 bis 12 rum kein Manöver sich anzukündigen war. Ein Fahrer ist raus, kurz hinten vor der Kurve, doppelgelb wird geschwingt, muss aufgrund eines technischen Defekts, so wie das für mich aussieht, aufgeben. Soweit kann ich aber noch nicht sagen, um wen es sich da handelt. Vorne nichtsdestotrotz hat sich nicht viel getan. Der Abstand liegt immer noch bei 0,386 Sekunden von Florian Breitenbach auf Marcel Steinert. Das müsste die Startnummer 456 gewesen sein. Das ist der Thomas Moritz, der da hinten sich es jetzt bequem machen darf. Der ist nämlich leider nicht mehr dabei. Vorne wird der Abstand größer. 0,683 Sekunden Vorsprung für Florian Breitenbach. Und auch Sandro Feiß konnte sich wieder verbessern, ist jetzt schon auf Position 8 vorgefahren. Rundenzeitmäßig ist er auch sehr gut unterwegs bis jetzt. Auf jeden Fall die beiden vor ihm, die sind auf jeden Fall möglich, wenn man sich die Rundenzeiten anschaut. Aber da ist noch ein ganz großer Abstand. Rundenzeitmäßig ist er auch sehr gut unterwegs, wenn man sich die Rundenzeiten anschaut. Und würde man sich probieren. Jetzt sind es auch mehr ungefähr zusammen. Wenn man sich die Rundenzeiten anbaut, dann sieht man das sehr gut lying. Und dann stelle es hinten zurück. Ja wenn ich mich schnell am 31 bis ihr geht. Sogar pro Schwestern war einmal bis zurzeit steht, wir haben nun die Runde der Restreite. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Letzte Minute läuft, wird sich wahrscheinlich auch wieder auf zwei Runden hinauslaufen Sandro Feist hat jetzt nochmal die Chance auf Platz 7 vorzurücken Steffen Ebrecht ist da vor ihm, ganz nah aneinander Sandro Feist auch schon viele Überholmanöver dieses Rennen machen können, erfolgreich beenden können Gestartet von 14, da wäre natürlich jetzt dann der 8. schon super, aber für ihn wahrscheinlich der 7. umso besser Schauen wir mal, ob er es noch schafft Zeit auf der Uhr sagt 10 Sekunden Soren Breitenbach ist schon über die Linie hinweg Das heißt, wir haben jetzt noch diese Runde plus die letzte Ja, da musste Sandro Feist wohl ein bisschen Platz wieder lassen Jetzt hat er auch Stress von hinten von Niklas Stader, der jetzt aufgerückt ist Und da kann es jetzt sogar gut sein, dass der Niklas Stader Genau, innen dran vorbei geht dann Sandro Feist Doch der bleibt länger auf dem Gas und verteidigt seine 8. Position So, Florian Breitenbach geht in die letzte Runde Eine Überrunde muss er wahrscheinlich noch durchziehen Wie hat er jetzt auch gemacht, sehr fair Platz gemacht Jana Stier, dritte momentan Auch 13.0 Vorsprung Wenn er nicht mehr viel schief geht, sollte er sich auch beim zweiten Rennen den dritten Platz gesichert haben Sandro Feist hingegen muss noch weiter kämpfen Musste Kampflinie fahren, Nachstartungsziel, damit er seinen 8. Platz behalten kann Ja und Steffen Eplech, der kann sich jetzt nachdem Sandro da einmal kurz angekommen Klopft hat, wieder absetzen So, und da haben wir auch den Sieger Florian Breitenbach, herzlichen Glückwunsch Zwei Siege, perfektes Wochenende 50 Punkte aufs Konto Auf Platz 2, Marcel Steinert Auch zweimal den zweiten Dritte wird Jana Stier, souverän verteidigt Auf Platz 4, den Tom Jannik Nehring Max Bösser wird Fünfter Philipp Weber Wird Sechster Philipp Weber wird Fünfter, so rum Und der Max Bösser wird Sechster Steffen Ebrecht auf der 7 Sandro Feist auf der 8 Niklas Stader auf der 9 Nico Gnath auf der 10 Philipp Kaiser auf der 11 Auf der 12 mit der 507 Haben wir dann den Mario Meissner Auf der 13 mit der 421 Haben wir den Marc Vidal Die 14 mit der 545 Ist der Frank Zadach Position 15 Konnte sich die 419 klären Der Maurice Klemm Und die Position 16 geht an die 512 Das ist der Daniel Schulz Nicht angekommen sind die 456 Das ist der Thomas Moritz Und der Oliver Breitenbach Der sein Kart bereits in der ersten Runde Abstellen musste